ja dann oder sind aber schöne audis die da vorne stehen ja 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 Boah, ich bin fast Letzter. Röllfeuchte. Soll ich oben. die anderen beiden ich habe das Getriebe lang übersetzt und konnte es schön aus dem Windschatten raus überholen dann geht der Audi mal so 350 wir haben einen Mercedes dafür verliere ich aber auch massiv in den Kurven jetzt, wo ich alleine vorne bin ja ich merke, dass ich bin genau hinter dir aber ich fahre nicht schneller als 320 ich glaube, durch die Kurve bräuchte ich eine Runde mehr, damit würde ich den Windschatten verholen ich bin ja genau hinten paar Meter das kann ich jetzt nicht sagen knapp los viel und fast dieselbe Rundenzeit ja, knappe 3 Zehntel ja, knappe 3 Zehntel ich bin für Straßenrennen Performance ich bin für Open Wheel Formel C Formel C, ja Formel C ist gut ja, die sind funny, die machen richtig Bock die Dinger da da